Ich konzentriere mich grad so drauf, um der kommenden Lux-Ultz zu dodgen Noch machen was, aber jetzt ist Riven hier Okay, sie ist tot Was? Noch machen was Aber jetzt ist Riven hier Okay, sie ist tot Was? Herr Warte, ist für Riven auch einer von uns gestorben? Haben Problem Das ist doch unfair Oh mein Gott! Gozu! Oh mein Gott! Alter! Alter! Der passt nicht aus dem Weg! Alter, was ist das für ein Scharf? Was ist denn mit Carsten los? Das Einzige was mich in dieser Geschichte so ein bisschen gewundert, das ist, warum hier nur... Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus... Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus... Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Sonst mit C3 Was ist denn mit Carsten los? Lampen Nee! Als ob. Als ob! Wie ist das jetzt passiert? Du musst mit meiner linken Hand vor meiner rechten abschneiden, Digga. Das würde ich auch, wenn ich mit der rechten mixe. Ist das richtig? Ist schon beinahe beim Dreiviertel. Okay. Also ein bisschen poken sollten wir definitiv. Ja, kann machen. Aber ich hab meine Ulti erst in 45 Sekunden. Ja, okay. Bisschen poken sagst du, ja? Bisschen, ja? Wie läuft das? Bist du des Wahnsinns? Call me Jesus! Mein Gott, Alter. Komm mal weg hier. Oh Marcel! In sein Gesicht! Nicht! Entweder meine Nachbarn tanzen gerade Samba, oder finken sich gegenseitig ins Arschloch. Eins von beidem. Oder beidem. Oder beidem, das weiß ich nicht. Ja! 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 Verreckt bei mir auch. Warte, warte, so nah kommt. Vielleicht sind die nicht im Busch. Ja, okay. Du weißt nicht, wer sich rumstie. Und danach wechseln wir. Ich wollte grad sagen, warum soll ich festhalten? Hallo, wo sind wir denn hier? Ja, kannst ja von hinten. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ja!